hey ho leute und willkommen zu einem neuen let's meinung video nämlich zur youtube kiki rosa genau ja sagen wir mal freundin von mir mit der ich auch das let's play rpg mache also sie ich jetzt nicht also sprachlich nicht aktiv dabei aber schriftlich das hier ist gerade ich glaube ich rede immer das ganze ein bisschen leider ist ein bisschen laut das hier ist jetzt das intro was sie für das ganze gemacht hat was ich auch demnächst verwenden werde bei allen sachen wo es darum geht ums rpg ja und ja was gibt es da groß zu sagen auf ihrem kanal ist auf jeden fall nicht so viel los wie auf meinem bisher kann sich aber noch ändern ich weiß nicht wenn sie das video sieht kommt vielleicht denn nichts mehr abläuft ich weiß es nicht auf jeden fall vom charakter her super das video gefällt mir auch mega gut ist wirklich eins von zwei videos die man sich bei ihr angucken kann das dritte wurde von diesen säcken namens gamer oder wie die auch heißen leider gesperrt das verstehe ich nicht wie sie auf print und prinzessin kommen aber wie rum auch immer ich kann das so schnell nicht lesen wie das wieder weg ist ja zu dem bild muss ich was sagen bzw zudem wo hat sie das her ich habe dieses bild nie gefunden aber ich kann sie ja fragen von daher ja wenn ihr die wissen wollt wer das im rpg ist in der whatsapp gruppe müsst müsst ihr auf die texte von eisbär kiki die eisbär die kiki wie rum auch immer ich habe das jetzt nicht genau im kopf weil ich da nicht darauf achte achten ja und dann würde ich sagen wenn euch das video gefallen hat lasst mir auf jeden fall däumchen da oben da wird mich richtig freuen haut da rein und schön mit däumchen däumchen